Das ist Lene. Lene hat einen weiten Weg zur Arbeit. Doch statt mit dem Auto zu fahren, nimmt sie lieber den Zug und spart dadurch jede Menge CO2. Aber Lene tut noch mehr für die Umwelt. Denn sie hat sich die ÖBB Green Points App auf ihr Smartphone geladen. Die hilft nämlich dabei, Umweltprojekte in ganz Österreich zu realisieren. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Lene wählt zuerst aus einer Vielzahl an nachhaltigen Projekten eines aus, das sie unterstützen möchte. Dafür kann sie dann Green Points sammeln, die sie für jeden Kilometer, den sie mit der Bahn fährt, auf ihr Green Points-Konto gutgeschrieben bekommt. Sobald das Projekt die nötige Anzahl an Green Points erreicht hat, wird es dann mit Hilfe der ÖBB umgesetzt. Lene und auch all die anderen fleißigen Green Points-Sammler helfen so, die Natur nicht nur zu schonen, sondern geben ihr auch etwas zurück. Jetzt sind Sie am Zug. Sammeln Sie Green Points und helfen Sie, Umweltprojekte in ganz Österreich zu realisieren. Untertitelung des ZDF, 2020 dien